grüße euch freunde zum neuen video wie immer zeigen alles noch voll alles wie gehabt diesmal mal wieder nur 20 für ein video heute am ersten mai keine ahnung wie ich es heute noch hochlade oder erst morgen ja ziemlich gemischt alles mögliche mit drinne für die liebhaber ein bisschen bukawara fixet aber lasst euch nicht an fixen von dem schrott das bringt nur weniger kohle man hat nie mehr davon eigentlich man hat nie mehr davon es ist irgendwie immer so ein spiel mit dem feuer und wenn man halt gewinnt dann geht man eben halt wieder hin wenn man wieder gewinnen will und dann klappt es nicht und dann ist es weg und dann will man es wieder haben und dann ist noch mehr vom eigenen geld drin nicht nur der gewinn ist weg sondern das eigene geld und dann ist man schon in dieser spirale drin also es gibt kaum leute wirklich sich nicht von der gier leiten lassen immer mehr haben zu wollen und irgendwo auch verständlich der mensch strebt ja immer nach mehr so ist der aufgebaut und das ist auch gut so weil wir sollen ja irgendwie im leben uns weiterentwickeln und das macht sich halt dieser industrie zu nutzen beziehungsweise hat sich dadurch zu nutzen gemacht genau naja nur mal so viel zu dem thema viel spaß mit dem video wie gesagt tisona, magic mirror, belly wolf, bukafra fixet alles mögliche mit drin viel spaß damit und bis demnächst ich brauche nur noch ich brauche nur noch nur noch ein wappen jetzt und gerade sagen drei wappen und ich habe ja noch 12 spieler das ist ein schild und noch verlängern er hat zehn spiele ich hatte schon mal mehr spieler und kam nichts vor allem wenn er ganz oft verlängern ich hatte ja schon mal drei vier mal verlängerung ich werde immer hinten kommen nicht vorne jetzt verlängern drin 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 warum ja aber gerade auf 30 cent hatte ich schon ganz oft so 100 spiele hat genau 100 euro gemacht ja guck mal jetzt hat er innerhalb von zehn elf spielen hat er jetzt dritte schwert gebraucht ja ich bräuchte wenigstens zwei oder drei hintereinander aber es gibt wenigstens kleingeld wenn diese noch sieben spiele ja das ist normal leider zu weit vorne aber vielleicht gibt er jetzt vielleicht gibt er noch hinten jetzt 50 cent ja komm was fehlt noch 12 ah du schwein nein doch sag ich doch zwei kuhnwälder gerne wir fehlen 49 also 12 für tausend tausend von kuhnwälder 47 der grundlauf ist 51 nein 50 reich 50 reich eine noch eine noch nein 50 ja 10 euro nur reingeschmissen nein ich lasse es ich spiel nur mit jackpot ich habe auch gefressen aber gut wir haben 6 euro noch rein nicht schlecht ja boah ist ok das ist super ja jetzt hoffentlich auf walze 2 ja mann ja mann wie gesagt ich spiel wie gesagt geile scheiße und jetzt bitte noch 1 2 3 nein ich sag mal 1 2 oder egal hinten dann mit dem spielen wir egal hauptsache irgendeines ja jetzt kommt noch ein hoffentlich hier oder hier oder hier aber vielleicht jetzt noch mal hinten dass sie im spiel bleibt nein also das war das spiel und wie viele sind 30 30 ich habe sie wieder gefragt ich habe sie wieder gefragt 15 ey ich komme noch 1 hinten rein oh ich komme jetzt hier jetzt hinten ja naa schmutz richtiger schmutz fuck ja oh 40 immerhin 46 komm ja und nur mit dem mittleren schwert ich bin nicht mal auf dem großen aber jetzt alter ja mann wieder am leben hinten nummer 1 also das ist das schlimmste wenn da dort einen rein macht wo schon einer drin ist gute spieler auf jeden fall ja kann man echt nicht meckern war echt gut 60 oder 1 euro vielleicht geht ja was oder ja nein knapp 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 Ich mache noch mal hier einen Cut, falls es Spiele gibt, mache ich noch mal an. 50 Cent, Verlängerung, Frau, Pferd, Pferd und Buch, aber bis jetzt hat er noch kein Zeier, jetzt noch mal eine geile Verlängerung. Ja man, 20 Cent. Auf 20 Cent hat er auch fast 40 Cent gemacht. Krass. Ja man. Ja, wenigstens etwas, aber auch nicht. So viele Kölscher sind nicht schlecht. Ich habe vier und dann natürlich. Phänomenal. Wow, immer die Frauen, Alter. Die müssen und dann müssen vielleicht auch die Frauen gehen. Ja man, der muss die Frau aufmachen. Kennst du das? Einer noch. Wenn du drei kriegst, einer noch. Ja, ich bin zufrieden. Das ist schockierend. Jaaaa. Schmeckt schon. Wie ist Frau? Die Frau muss ja immer als erstes geben, da hatte ich Glück, aber so nicht. Ja, ich meine, ich habe noch 18 Spiele auf drei Symbolen. Das ist echt geil. Alter, Alter. Ich sag's. Der hat ganze Zeit die Frauen angezeischt. Nochmal, komm, 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 komm. Nein. Das wäre brutal. Jetzt eine Verlängerung, Alter. Ja. Noch mal verlängern, dann schau ich auf den Weg. Er hatte gerade die gute Chance, ey. Ja. Ja, Mann, weil er nicht vorbei ist. Aber immerhin, drei Bücher nochmal. Vielleicht gibt er ja fünf Bücher, das reicht ja auch. Fünf Bücher reichen auch. Ja, okay. 500 Euro, ey. Aber schon wieder drei. Gut, 15 Euro. Ja, aber braucht Verlängerung, Mann. Er hatte auch schon mal in den ersten vier, fünf Spielen, hat er es viermal verlängert, ey. Wollen du sagst, ich gestern noch Samstag fahren, Mann? Ja, ist auch so. Ist auch so. Samstag ist besser. Freitag, ey. Ich habe Freitag immer auf den Arsch gekriegt. Nee, aber Freitag, du hast dich gestern gesehen. Alles ein, bis Pause. Bei jedem. Ah. Jetzt macht er die 200 oder so. Stimmt. Außer Trinkmann. Ja. Aber hey, das scheint haben wir uns jetzt einen Tränen. Ja, die Pferde vermisse ich auch gerade. Aber die Frauen sowieso. Ja. Da waren nur 2x2 bis jetzt, glaube ich. Ach. Ach. No. Aber die Frauen hat ja fast den Dunst gegeben, ey. 80. Vielleicht geht ja was. 60 jetzt. Immer mit Vollbild angefangen. Also volle Linie. Ah nein, schon wieder das Buch. Das bringt Glück jetzt. Ich glaube jetzt nicht. Ganz ehrlich, ich glaube jetzt kommt nichts. Das war so cool. Der Depp. Vielleicht noch ein Depp. Ja, 5 Bücher. Wer auch mehr jetzt 5 Bücher. Bestimmt. Nehm ich gern. Weil werden sie nicht. 18 Euro, Spielgeld. 2 die Schöne. 2 die Schöne. Immerhin irgendwas. Immerhin irgendwas. Ja. 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 Ja, gleich hinterher. Das ist manchmal. Das ist manchmal. Jaja, manchmal kann es sein. Wechsel. 50-50. 1 plus 1 gespielt kann nicht. Ja, nix. Kann man schon. Na gut, kann auch was kommen. Ja, vorbei. Bei Magic. Auch mit 50 Cent. Halte. Mit Verlängerung sogar. Momion A. Ganz oft 4 Uhr zahlt. Braucht ne Verlängerung. Ja. Mist. Leider nix. Na ja. Müssen wir 60-60 probieren. Was sonst. Oder 80-80. Also fahren wir runter. 50-50. Komm geht ziemlich schnell. 4 Bücher sogar. 60-60. Also bis nachher. Hoffentlich. bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.